Hallo und herzlich Willkommen bei einer kleinen LoL Runde. Mit dabei ist der Mr. Deco. Hallo. Der Sklone. Hallo. Stella. Hallo. Und der Sascha. Hi. Ja mein LoL hat sie noch nicht gestartet auf jeden Fall. Jetzt öffnet sich der LoLing Screen. Erstes Spiel am Tag. Das dauert bei mir immer ein bisschen länger. So ein Wunder. Hätte ich mal Leona genommen. Das wäre eine schöne Botlane gewesen. Guck mal. Ash gegen Ash. Möbergame. Wie ist einmal Ash? Kriege ich jemanden Ash? Das ist vollständig. Mach mal schon. Da kam auch einfach nur massig Icons dazu seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ach. Ich kenne es Malte, ich kenne es. Ich kenne auch ganz viele Icons nicht. Ich bin eigentlich immer so ein Iconsammler gewesen, aber... Ja, ich eigentlich nicht. Ja, ich eigentlich nicht. Nee, ich... Weil mich haben auch die neue gemacht Bilder zum Beispiel von Pantheon oder sowas irritiert. Oder Akali... Und so. Da haben sie die Bilder geändert. Bei mir ist Shabba noch nicht connected. Doch. Ist bei 27 Prozent. Doch, alle sind... Okay, ich überhole ihn ja noch. Ich überhole ihn noch. Sehr, sehr gut. Ja, super. Ich überhole ihn noch wahrscheinlich, oder? Bei mir ist er noch nicht connected. Bei mir nicht connected. Bei mir ist die obere rechte Person nicht connected. Wer ist das? Leona. Ja. Jetzt 100 Prozent. Ah, jetzt ist Bro Love connected. Bis auf Shabby haben alle 100 Prozent. Ja. Shabby hat einen 50. Ja, Shabby hat einen überholt. Na ja, lang. Lass mir die Gegner analysieren, ja. Kriss, ist das eigentlich dein Smurfs? Oder hast du einen anderen noch? Ich glaub noch vier. Alles klar, ich hab nichts gefragt. Keine Hobbys? Na. Doch, lol. Ne, lol spiel ich noch nicht bei. Bro Love, hier, fang. Oh, der hat halt genau gesessen. Ähm. Hat einer Bock auf Dork Club hier? Wir machen kein First Blood. Wollt ihr First Blood versuchen? Maustaste mal umgucken? Komm, wir gehen alle hier hin. Alle hier hin. WSAD. 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 Oder halt, wir versuchen den Wind drüber zu treiben. Ja, Pantheon nicht. Nein. Wir versuchen einfach so einen Pantheon, bleib auf die Topsteine. Pantheon mach Old. Was? Nein, nein, Sascha, geh nach oben, das bringt nichts. Weil du kommst zu spät an, wenn wir hier, wenn da was passiert, deswegen. Hier? Doch, hier durch. Hier. Komm, hier. Komm her. Kommt der? Kommt der? Ja, okay, gut. Trotzdem muss Sascha oben bleiben. Hm. Stell mal da ein Wort hin. Bitte. Hm, bitte. Ich hab ja keine Ahnung, ob hier noch jemand reinkommt. Ist doch egal, wir gehen dann trotzdem vor. Nachher. Wir haben GAUFIX. 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 1.30 oder 1.40? Äh, äh, was wollen wir, wollen wir in Vaiden oder wollen wir First Blood machen? First Blood. Okay, dann warten wir hier alle. Weil, in Vaiden ist besser. Wir haben Blitzcrack. Weil der den Raid drüber holt. Set da ein Wort rein, ne? Bevor. Alter. Ja. Komm nicht dran. Heck. Nix da. Ne, wir holen uns den Raid. Alter, Alter. Hier noch ein Wort, genau. Oh, oh. Habt sie euch. Ah, ich hätte ihn auch noch bekommen, aber egal. Sorry. Wollen wir jetzt noch wen holen? Bleibt es hier, kommt die rein, kommt die rein. Wir holen uns die Ash. Geht ihr denn? 2 Sekunden. Naja. Egal. Fahm 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 fahm. Ne, ne. Ich kann noch quäppen, das Ash, das Ash! Ohhhh. Leona kommt wieder. Ich habe wohl, die kannst du gleich noch graben. Leona kommt wieder. Ich bin aggressiv, ja. Ich bin in Mühe. Los, komm. Minda. Auf die. Wo ist sie dir? Wo ist sie dir? Ja, ich bin dabei. Ah. Wut? ok ich weiß nicht wie das jetzt gerade passiert ist aber guckst du geleckt oder so ja irgendwie schon aber da war ich tot so egal die ausreden gibt es nicht mehr du hast einen pc neuen ich weiß aber das war komisch ich habe die angegriffen und ich hatte bei mir noch die leon ane guck dir die leona an schön gemacht sascha mit stolz auf dich leona slow life ich warte nur noch mal die pantheon ulti leona hat richtig uuuu sie hat überlebt leona hat richtig uuuu ja sie hat leider überlebt den farm kriegst du in der mitte durch männer kriegst du die ich wollte auch zurück damit ich ein vortrag gegen sie habe mich snowballen kann das war so ein easy kill ja ich habe nicht gedacht dass man das ist das war so ein easy kill ja ich bin ich gedacht dass du da weiter rein ich hab gedacht eigentlich du gehst doch klar nein ich brauch den farm es tut mir leid scheiß auf den farm kills sind besser das stimmt nicht das stimmt wirklich nicht doch nein doch so lange die taunen sind immer wieder wir haben jetzt so unter kontrolle gehabt damit die gar nicht mehr machen konnten kein farm kein nix das waren so easy kills gewinnen ich habe extra nicht weiter aufgehauen damit sie ein kill kriegt ja hättest du einfach nee da hätt ich drei gehabt das ist doch scheißegal nein du brauchst jetzt dann hätt ich meinen farm gehabt dann hätt ich meine farm gehabt ich hasse es dass nebel jetzt ihre puma form einfach so machen kann ich fand ich eins von anfang von level 1 ja ja und deswegen sind die noch so aggressiv und mal ich komme durch die mitte das auch kein wort wenn sie da ins gelächter aber wenn ich jetzt nicht weiterfahren habe ich fahren nachteil da ist kha6 weg 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 kha6 ich weiß auf kha6 nein so kann nix kha6 kann nix da ist kha6 da ist er ich habe gerne einen vorteil gegen die anderen jungler und nicht nachteil dass das 3 sekunden haben die wieder kha6 nicht zu dir kommt ich brauche den farm im aus der mitte mir doch nicht zu sehr einpusht sascha ich kann nicht helfen sascha sascha ich kann nicht helfen naja ist bei gut dann tor wird gleich gepusht das ist sobald leona zu mir kommt hau ich sie hoch ja also worte mal deren red und wenn du kannst ja ich muss auf die leona aufpassen die macht nicht platz er schaut holt auch muss doch passen wieder müssen was immer noch müssen brauchst du den blue waff überhaupt noch anix ja ich bin dir gleich die null die kriegt ein da sprich die ist nicht in der mitte ja und wenn die dann gleich da ist dann machen wir die da und kriegst du den die machen denn gerade er hat immer noch nimmst lass die pfuschen woher woher sie haben wieder hat er nicht bekommen sie gehen weg sie gehen weg sie hat keinen blue waff und die kommt in die mitte malta ist malta malta weg oder die machen drake einfach von aus dann haben wir keine ward versuch mal wieder ein beside kick zum ja ab ulti was machen die denn immer damit die immer weg sind da kommen sie wieder die kommen wieder mit k6 ja dann haben sie gemacht nein doch nicht und go holt mal da hin ja ich hab keine mana ja das alles scheint unnötig komm schon Ash bewegt dich ja das ist nicht Ashs Ernst oder was war das denn ich hab die Leona getroffen und die Ash stirbt ich weiß ja die sie sieht dich oder ich bin durch ne Falle gelaufen da kommt ein k6 ich weiß den holen wir uns jetzt auch so ein Trabash naaah loll und schön go 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 sehr schön äh 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 ich hätte nur aufpassen dass da jetzt nicht äh Alex geh weg äh ich weiß genau okay die haben mich getroffen komm weg ja 3.000 gold ich gehe da sind sie komm 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 da ist ne Ashs die haben wir noch die hat ein fail komm mit da her da ist ne Ashs da ist ne Ashs da ist ne Ashs ja na Leona kommt so noch ne 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 sehr schön schade damit wir die Nidalee hier bekommen haben tolls also ich finde der Jaxs ist echt ne Lachnummer ja lustig ja wirklich irgendwie schon ne Lachnummer ne Lachnummer ist von jetzt grad einer weggekommen K6x oder? Nidalee K6x Nidalee ist nicht weggekommen die Ash und die haben wir auch gekillt ne also alle totgestanden echt das schon wieder gerüst worden ja ja hau mal ab hier unser farm ich will dass die Gegner den farm nicht bekommen das meiner scheiß wollt ihr drauf gehen? nein nein ich hab kein mana ja warum den nächsten den nächsten looper bekommst du dann weiter mhm alle grad gelaufen dass bann leona bloß ioned letzter lass euch ein bisschen z dismis ooooooh 承ignment Ich bin da, bin da, bin da, bin da Go, 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 go Bin da Die kommt nicht weg Mach doch nochmal die Wad kaputt Mach doch nochmal die Wad kaputt Niiiice Wad kaputt Wallhacker ey Ihr wusstet wann die kommen Guck mal das ist ein K6 Bin auf dem Weg Den holen wir uns Ist deren Jacks afk oder? K6 Ne der war gerade bot Ja der war doch mit bot Der K6? Jaja Jax meine ich Malte kommst du dann mit deinem Blubuff? Aha Leona Du hast gerade was geholt Ash komm mal her bitte Ich hab nix an Neuner Ich sag's jetzt schon ne Brauch keinen Blubuff kannst du nehmen Ich wollte einfach nur damit er weg ist So kann man sich natürlich auch nen Blubuff freuen Ich geh nur mal kurz B wenn du's ok ist Dann darf man ein bisschen aufpassen Oder wollt ihr Und los Die beiden mitgeküssen nach unten kommen Jax und Nidalee Ok weg 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 Sorry wegen dem reinjump Ich geh in Space Leute Ich geh in Space Leute Ich geh in Space Oh der war fail Ich hab n Ward gefunden Mach tot Ich glaub die wollen Mitte pushen Ich bin mir nicht sicher Alex saß n Ward ne In den Busch Also was Weil du mal irgendwo gegen kommst Ein Karthix macht gerade seinen Redbuff Miss Mitte wieder Echt? Oh da kommt ein Jax Bin aufm Weg Am besten jetzt hier was er Da ist ein Scharfix 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 ja Oh Oh ein Karthix kommt auch noch Volle Besatzung hier Oh Oh da kommt auch Leona Leona Neil die kommt wahrscheinlich auch gleich noch Ich geh noch mal ein Ward rein Weil die jetzt sind Weil die Mads sind Weil die jetzt immer gegankt haben Deswegen wollen die uns jetzt auch immer ganken Oh Ja Hi Leona Was für gay Ey Panthe Ähm Pantheon Pantheon wird gesnackt Ach die hole ich Schade Lauf Nein Nein Doch Rainer Puls für euch Komm Da Hau raus Kassix ist irgendwo hier Weggerannt Ja der wird sich ursichtbar gemacht Schauen wenn er schlau war Na da ist auch Oder wenn er nicht schlau ist kommt er nochmal zu Geil Na ja mein erster Tod Noob Oh Da ist noch niederlie Ich kann leider nicht Na ich warte mal kurz am Swap Oder warte mal ich geh auf was härteres Die sind ja grad nicht so schön Drei Minuten surrender oder Nein Ja Drei Minuten dann können wir surren machen Sehr schön Ja wir surrendern dann Drake 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 in 5 Sekunden Drake 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 Oh was macht die Oh da ist noch n Jacks Ich hau die Waffe ne Drenn einfach Drenn ich hol mir den Den hol ich mir Komm her Komm her Oh Grad wo ich zuhauen wollte Ja schade Kannst den Drachenhauen Ja die Ich ward erstmal bevor wir das machen Sind zu wenige Unsere Aisha hat echt beschissen gefarmt ne Tut mir leid 100% ward Ich sollte ja die ganze Zeit reingehen Aisha Aisha Ja Ward Ja Sss Oh man Boah Ich hab's gesagt Ja aber wie lange die Gestunt hat Ohhhh Ohhhh Entweder wollt ihr dass ich Kills mache Oder dass ich Farme entscheidet euch Beides Arm ist wichtiger Ich weiß ich will ja farmen Aber sind wir Hallo Ash Wie geht's dir? Ich glaub sie mag dich nicht Nein mag sie auch nicht Ach du Scheiße Geil Alter Malte Was denn? Ich weiß Ich weiß nicht warum ich so lange nicht mehr Ash gespielt hab Hau ab da Ich will den holen Ach Leona hast du schon wieder mein Wort decliert? Du weißt doch ich hab noch welche im Bunker Meiner Oh Gott Hallo Leona Heißt die da Pantheon OMG Noob Danke Pass auf du stehst in Tower Range Kein Problem Hol sie dir Hast du das gesehen? Oh mein Gott Easy Der ist ja voll der Power Tanker Vor allem raus geflasht die mitgezogen Ja Christ ich wusste gar nicht dass du so cool bist Ja man alter Ultra Oh die hat nen Static Schiff Oh mein Gott Oh mein Gott Du hast nur 235 Gold Ah de Achso Ich hab 435 Und die holen sich den Pantheon Oh Pantheon too greedy Mein Gott Better report him Ja report Panthe Ja report Panthe Scheiß Report Fieder Weil Jaxx ist Jaxx ist Late Game Jaxx ist Late Game Das ist genauso wie Egal wie sehr Rai Ernie verliert Ernie verliert Ernie Nicht du Die Ash Bei Nasus ist es so Im Early Game Ok wenn er verliert Ist es schonmal gut für euch Aber im Late Game Ist er trotzdem immer wieder dick Komm Komm reingejompt Leona Bist du ready? Ja Ok go Ups Ich hab mal ne Frage Warum interessiert die Gegend Er sich nicht mehr für die Toplane Und unsere Toplane auch LOL Meine Passive Er hat meine Toplane Ey Du hast die Paracraft und carries Die Kills erstes 4 Kills schon Ey ich hatte 1st Blatt Wieso Der ADC wollte doch Der ADC wollte doch Der ADC wollte doch Farmen Warum willst du damit killst? Beschwerde ich doch nicht Ja ich durfte jetzt trotzdem nicht Farmen Obwohl die Ash hat noch ein schlechteres Aber was erwartest du? Der Jax ist halt ein bisschen tanky Und du Pantheon Du hältst halt nichts aus Dich muss man anpusten und du fällst um Komm 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 Oh guck mal ein Redbuff Echt? Ok das Redbuff Wo? Wo ist die Ash? Die Ash ist da unten Die Ash ist da unten Die Ash ist da unten Und Key hat mich Meins? 2 zu 9 Ich bin schon Alex Pick Drake Der Pick Was? Bückstück? Kommt jetzt alle mit Kommt hier holen wir uns Hallo Jax Oh habt ihr den Crit gesehen? Hallo Leona Ich will aber Nidalee haben Bist du auch schon Darin und die Items die du brauchst Die Ash ist total bescheuert mit Ash eine Lane zu spielen wo man killen möchte Aua Aua Weil Ash eigentlich der Charm AD Carry ist Ich geh zurück Ja eben Oh Wo ist denn Olaf? Oh Nice Na Olaf ist hier weg Brauch ich nicht crappen Olaf Wo ist denn der Kha'Zix circa? Hier so oder? Da 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 Ok Ash stürt ich auf die Fall Bei der hab ich ein bisschen Angst Vor wen? Bei der Nidale Kann sie läuft durch meine Traps durch Ey sie ist so dumm Quartro Das wäre mein Quartro gewesen Ohhhh Steal Der fand ja schon wieder ey Report 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 is Geil Meine Falle Ach scheiße Ich bin durchgefallen Dragen ist da Oh Kaputt gemacht Dragen ist ab Da ist ein Kha'Zix Da ist ein Kha'Zix Da ist ein Kha'Zix Punt Ulti auf Dragen Ok Er bericht das ist so 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 klar Achtung da kommt ne nieder Ich schaff's nicht Die kommt doch trotzdem Ist mir doch egal Ab hier im Busch Alle Da war sie Ich krieg da Das Kha'Zix holi die ab Ja man Ich war mit dem Hallo Kha'Zix Bleib hier Das Ash Das Flash Das Flash Dead Flash Aua Ich hätt ein ganzes Zeit zielen können beim Arrow Ich dachte mir so Nein Ich Au Da ist ein Jacks übrigens Ich hab die Leo da getroffen Au Und das ist ein Jacks Jacks läuft da lang Meiner Oah Holt ihn euch Der Pfeil ist noch geflogen Oh du bist das Was sag das? Was sag das? So sind die Worth it Oh der war geil Sollte mal wieder einkaufen gehen Oh das war göttlich Na Ash willst du ne Bombe? Oh was mach ich denn für nen Schaden? Gerade Ash Deco du redest mit mir Ähm Nö ich mein die gegnerische Ash Ich komm mal am Blue-Buff ne? Meins? Ja Das ist aber doof Weil ich brauch den Blue-Buff Ich bin mit in my team Sollen wir jetzt verschreiben Wir spielen dann alle zuerst mal zusammen? Stimmt sogar Ja es ist also Stimmt nicht Komm ich helfe dir mal Ich hab schon mal mit Shabby gespielt Und schon mal mit dem Team gespielt Oh nein Ihr seid aber nicht die die das Spiel reißen Also Ash schon ein bisschen Ja Ash nur wegen den geilen Sub Ja eben Ich bin ja nicht mal in den Teamfights dabei Ich hab ne Falle gefunden Guck mal Pass auf Guck mal hier Ohhhh Ich hab so ein unschönes Gefühl Das er jetzt durch die Fahr Auf die Botlane kommt Ja da kommt ein bisschen was Ich hab gefällt Leona allein Das ist nur die Leona Das ist nur die Leona Tö doch die Leona Dreh dich um und kill sie einfach Sie ist alleine Du machst sie doch kaputt Guck dir das doch an Was will sie von dir? Hallo Nieder Ey meine Falle Map Awareness hoch 1000 Bälle Ja trotzdem Du siehst alle 5 Leute siehst du Guck mal ja Niederlei 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 Ich stand da Und hier habt ihr gefaltet Ja ich muss das mal sehen Hier Guck mal Niederlei Dieser Skin einfach. Roll up ist so geil. Ich hab Lebens drauf. Bitteschön. Oh. Ja, dann danke fürs Zusehen, ne? Auf jeden Fall. Und man sieht sich bei der nächsten einfachen Runde. Ciao. Ciao.